Allgemein von Menschen, allgemein alle Religionen haben meiner Meinung nach mehr Krieg und Töten gebracht auf dieser Welt, als Politik per se. Ich bin wirklich weg von Religion zu sein. Ja, ich würde auch weg von Religion. Es geht nur um Beziehung mit Gott, es geht nur um das. Du kannst einfach Jesus annehmen, wenn du willst und dann bist du safe. Ist das gut? Gib dir damit, dann kannst du in aller Ruhe auf der Webseite schauen. Die bedingungslose Liebe, wo wir suchen, ein gottförmiges Loch in deinem Herz, kann nur Gott ausfüllen. Der tiefe Friede, den kann nur Gott schenken. Keine Frau kann dir das geben, keine Karriere, keine Ferrari, nichts. Es kann nur Gott geben. Ja, sonst sind wir hier die ganze Zeit mit Fata Morgana, weisst du? Ich habe es auch versucht, mit Karrieren, weiss du was, Musikstar und so, weisst du? Aber auch gemerkt, nein, das ist Fata Morgana. Ich glaube, ich will kurz erklären die Zeit, das ist gut. Ja.